ja du müsst aber abziehen denn nein hab ich damals meine fluss 10 plätze abgezogen gekommen nein auch noch vor ihm sehr gut atombeblickst bild auch richtig so habe ich mir verdient ich bin auf der zwei hallo was ich habe strafe 1 bekommen schon hat mich eben gerade überholt ich habe dich überfahren und du hast du nicht eigentlich ich hab dich überfahren hat er kann es beweisen war eine müsste aber abziehen denn nein ich habe auch keine durchfahrt strafe abgezogen bekommen ich bin sowieso als letzter gestartet aber der unverdiente hatte gast nur strafe bekommen ja ja lass mich in ruhe da tust du gerade mal dhs gehofften kommt nicht an doch 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 das wird schon noch also weitergebe ich tatsächlich überrundet ja du bist noch reich unterwegs oder ja 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 wer ist noch der 1 wir schauen wie man gefolgt von mir aber ich schaue okay ich weiß auch was ich durch um was du schon an der box ich fahr jetzt ja gut ich dachte schon ah system so sieben sekunden rückstand okay 51 1 na immerhin wo ist denn johnny zippter mike zieht vorbei oder ich bin vorbei ja mike zieht vorbei das gibt es doch gar nicht also bei mir ist noch fünf da naja okay die ja ist mike bist du links bist du rechts oh gott oh gott ich sehe dich nicht ich fahr jetzt einfach wow ich drehe mich was war jetzt gratis punkte sowie durchfahrt strafe oder zeit strafe auch mir so zeit strafe ich bekommen das hat mich johnny überholt deswegen ist es ein bisschen unfair eigentlich sollte man das abziehen ja dann kannst du noch ein bisschen hier an patrick ein bisschen nö auch nein egal wie schlecht war er wird immer hinter mir kacke das war ja jetzt bitte acht 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 der siebte platz ist eindeutig zu wenig aber schlechter kann es ja nicht gehen ich weiß wer ist denn ach da christoph christoph abgeschraubt 5.000 PS bewegt er nutt die volle dritte ich will flüge mit wie viel flüge fährt ihr eigentlich aber er hat mein setup nicht im korb 6 1 oder so ich habe 1 1 ich habe jetzt echt durch den drift und den schaden am frontflügel habe ich den dritten platz weggeschmissen den zweiten ich quasi auch jetzt hier durch den ein fehler ich habe den sieg jetzt verpasst ja kann bitte den monster halt besser werden ja das spätestens in zauber der monster gibt so ein herz schlag finale wie reden und gleichzeitig Auto fahren. So. Weil ich immer stehen bleibe beim Reden. Ja, wenn du so weitermachst, wirst du dich verrollen. Ey Tobi, fährst du absichtlich so langsam? Nö, einfach DHS genutzt, wir haben uns gut gebettet und mussten vorbeigezogen. Aber ich habe gerade in dieser Runde eine halbe Sekunde aufgeholt. Ja, weil ich da langsam fahren musste. Bin da Rad an Rad gefahren. Kann Patrick zugeben. Willi. Und sonst nicht in die Kitze gefahren. Aber ich muss sagen, ich fahr gut. Dafür, dass ich hier nur mit 10 FPS fahre? Ja. Also mich ärgert, dass wir den einen Fehler vorhin. Rubi, ich habe aber jetzt schon wieder 0,8 Sekunden aufgeholt. Ja. Scheiße. Wie gesagt, ich hatte nur eine lange Pause gehabt. Ja, das merkt man. Johnny, mach noch einen Fehler. Komm. Der einzige Fehler, der mir passieren wird, ist, wenn du vor mir bist und eine Kurve kommst. Hier geben wir uns die Quinking an, dass wir kommen. Ja, ja. Mit harten Reifen zu Ende fahren war anscheinend keine gute Strategie. Ja, ja. Ich merke das auch. Auch, dass ich die weichen Reifen nicht gut verwenden konnte in Qualifying. Hm. Was für einen Rückstand hast du auf Mike? Äh, 10 Sekunden jetzt. Boah, shit. Das holt Tom noch auf. Ja, ja. Ich schaff das noch. Man müsste mal so ein Best-of machen, wo Tom so sagt, ja, da tue ich noch auf und dann kläglich versagt. Hallo. Das ist nicht einmal passiert. Sagt derjenige, der gerade letzter ist. Ja. Ja. Ich glaub mit meinen Aufregern könnte man Stunden oder Semmungen mitfüllen. Ja. Nur leider interessiert's keinen. Ja. Die Geheimfans, die outen sich halt nur noch nicht. Die weinen erst, äh... Null letzte Runde, ja. Was, Sean? Die weinen erst, wenn dein Abschied vollzogen ist. Na, ich hab schon Taschentücher bereitgestellt. Naja, zumindest kann ich Platz 2 der Fahrerwertung noch behaupten, wenn ich hier vierter bleibe. Aber so. Aber dann wird's interessant, wer bei Grid Autosport denn in der Letzter wird. Glaub ich, dass ich ja wegfalle. Sehr interessant. So. Für die Feinds und natürlich für die Fahrer gibt's in der Grunde keine neue Schnecke rund von mir. Oh. Wie ist das Skandal. Ja. Aber nur im Schwerbezirk. Er möchte ja keine Feinde machen, aber egal. Oh. Oh, das war eng vom Abflug. Deswegen gibt's von mir in der letzten Runde keine neue Schnellste Runde. Ich hätt gar keiner gesehen. Enttäuscht von dir. Na, ich krieg's ja nie noch. Soll ich nicht verdient gewonnen. Dann muss schon in der letzten Runde eine schnellste Runde her. Weil ganz langsam um die Curbs rüber. Ganz langsam. Egal, auf jeden Fall wurde ich nicht über die Runde, weil ich jetzt in der letzten bin. Oh, Shorns Motor ist kaputt. Wie traurig. Was? Mein Sprit ist leer. Echt jetzt? Nein. Oh, schade. Und Bremsversagen. Ja. Jetzt hat er schon gewonnen. Platz 1. Jetzt hab ich gewonnen. Boah, Freunde. Ich werd hier noch Sechster. Wow. Patrick hat die zweit schnellste Runde. Festig, wie war das? Du lässt Patrick vorbei und der Rest bleibt so? Äh, was? Vor dem Start hab ich gesagt, du lässt Patrick vorbei und dann warst du dran. Ja! Oh, Alter, habt ihr das gesehen? In der letzten Kurve noch geschnappt. Jawoll. Ich war am Gelenk. Oh, geil. Ich kann gar nichts sagen, ey. Ja! Schön! Jetzt kommen alle mir zu, Heavy. Na gut, ich mach mal Licht an. Dauert ein bisschen. Puh! Aber Christopher will auch noch weichen. Ich hab überhaupt nicht aufgepasst, weil meine Mutter gerade reinkam und meinte, wir so was essen. Oh, lol. Da sag ich, nee, geh ich jetzt nicht. Das wird hier gemacht. Ah, schönes Lachen. Doch, doch. Aber war auch sauerhaft. Das ist ein Deal. Meine Güte. Ja, ich bin nicht so schnell, aber ich bin 1,6 Sekunden schneller. Patrick hat's ja gesehen, ich hab's ja nicht überfahren. Ja, ist so. Ist ein Bug. Hatten wir gestern im Training auch. Ja, weil da ging's ja nicht um Punkte. Hatte ich unser Polo auf, da bin ich aus der Box raus, hab die wenigen noch nicht mal überfahren und krieg eine Strafe. Wow, 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 wow. Aber hier geht's ja auch fett. Aber das könnte Tom passieren sowieso. Einmal Mitte rechts abbiegen. Ja, Christoph genießt das jetzt, hier nochmal Mittelfunk zu sein. Biegen Sie links ab. Boom, jetzt festhängen. So, warte. Und jetzt starten. Jetzt starten wir. Greg. Bitte folgen Sie der Strafe. 300 Meter. Danke. Wir haben jetzt hier erreicht. Ich hätte Sechster werden können. Ja, ich bin eigentlich dritter. Ja, ich hätte sogar Vierter werden können, wenn mir der Fehler nicht passiert wäre. Auf der 1, Sean. Auf der 2, Patrick. Auf der 3, Kösti. Auf der 4, Mike. Auf der 5 ist Tobi. Ich auf der 6. Auf der 7, Johnny. Und auf der 8 ist Christoph. Eigentlich ist 3, Kösti. 4, Mike. 5. Halt die Klappe. Ja, das muss man so zählen. Das ist unfair. Aber ich bin mit meiner Saison bis dato sehr zufrieden. Weil ich habe meine 8. Position erreicht. Von 8. Ich krieg keine EP. Und... Mike macht da hier die Punkte. Und ich hab... Ja, ich hab einen Screenshot davon gemacht. Und ich hab nichts da. Fehler. Team Radio. Check mich. Wir produzieren. Schließen. Mittelmäßig. Was denn jetzt? Ah, statt da irgendwas anderes. Okay, gut. Mittelmäßig. Das war wohl ein ganz, ganz schlechter Zug von mir. Ja. Mit den grünen Grasflächen der Oase.